Hi, willkommen bei SearchOne, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha. In diesem ausführlichen Testbericht und Tutorial bauen wir eine Website mit dem Theme Page- und Blog-Bilder Cadence. Cadence ist relativ neu, es ist bekannt dafür, super schlank zu sein, trotzdem einfach und effektiv in der Bedienung und eben nicht so überladen wie der ein oder andere Konkurrenz-Page-Builder. Elementor, divi. Wir haben das Essential Bundle lizenziert. Dies enthält das Theme in der Pro-Version, die Blog-Elemente und den Bilder und einige sehr gut gestaltete Starter-Templates. Ansonsten haben wir in der Pro-Version Header-Add-Ons, Hooked-Elements, beliebige Elemente, die man mit einem Regelwerk an beliebiger Position anzeigen kann, einen umfangreichen Menü-Gestalter. Elemente können fixiert werden, das heißt, die bleiben an der gleichen Stelle im Layout. Es lassen sich Header und Futter-Scripts einbinden und die erste rudimentäre Unterstützung für WooCommerce, wobei es hier in der großen Version im Full Bundle auch noch ein Shop-Kit gibt. Mir persönlich gefallen die Starter-Templates ziemlich gut, die sind wirklich professionell gestaltet. Es sind jetzt nicht hunderte von Starter-Templates, aber es sind alles moderne Layouts und die Starter-Templates sind ja ohnehin nur dazu gedacht, einen Einstieg für das eigene Layout zu finden, um dann etwas Eigenes daraus zu machen. Wer schon mal mit einer Starter-Template-Bibliothek von 300 oder 600 Templates gearbeitet hat, der erkennt vielleicht das Gefühl, Stunden und Stunden damit zu verbringen, genau das richtige Layout zu finden, nur um dann nachher doch von vorne anzufangen. Es ist zwar schön, so viele Layouts zu haben, aber ganz ehrlich, mit diesen Layouts hier kann man jede beliebige Website starten. Die Skate-Docs lassen grüßen. Die Skate-Docs, das ist eine Skateboard-Schule, da kann man Skateboard lernen, die bieten Kurse an. Was du hier gerade siehst, basiert auf dem aktuellen Theme von WordPress selbst, 2021. Ich habe hier keine besonderen Einstellungen vorgenommen, lediglich schon mal den Text ungefähr an die Stelle eingefügt, wo dann das Layout hinkommt, ein Logo hochgeladen, selbst erstellt natürlich und ebenfalls jede Menge Bilder, die wir gleich sehen werden. Es gibt also eine Hero-Sektion, schön prominent auf der Startseite. Dann haben wir die Top 10 Tricks, die werden als Grid eingebunden. Insgesamt habe ich 10 Tricks als Blogposts abgespeichert und auf der Startseite werden wir Trick 123 sehen und einen Link zu den restlichen Posts. In der Sektion, was wir machen, folgt dann ein Hinweis auf die Kurse und Camps. Die werden für Kinder und Jugendliche gemacht. Deswegen kommt das Trainerteam zum Beispiel auch an Kitas und Schulen, fährt zu Horts oder Jugendhäusern und natürlich auch Sportvereinen. In der nächsten Sektion zeigen wir ein paar Termine an, featuren den nächsten Termin vielleicht auch mit einem Event-Countdown, falls das Theme das anbietet. Eine Newsletterbox gehört auf jede Seite. In der Sektion Trainer haben wir dann die Bilder. Von den drei Trainern auch noch einen Link zur Teamseite. Und selbstverständlich wollen wir auch, dass die Besucher der Website uns kontaktieren oder direkt buchen. Deswegen bauen wir auch noch ein erstes Call-to-Action-Button und ein Buchungsformular ein. Ganz unten haben wir noch eine Suchbox und die Links zu den aktuellen Beiträgen. Kommentarlinks werden wir wahrscheinlich nicht anzeigen. Das sekundäre Menü und den Copyright-Hinweis. Es gibt auch diverse Unterseiten, beispielsweise die Kurse-Unterseite. Die Idee ist immer, dass auf den Seiten selbst noch mehr Informationen stehen als auf der Startseite selbst, damit die ein bisschen kompakter bleibt. Die wird ohnehin schon lang. Also haben wir hier zum Beispiel Kurs 1, Kurs 2, Kurs 3. Jede Website sollte eine Über-uns-Seite haben. Auf der Team-Seite haben wir dann nochmal die Trainer, aber auch das Team, beispielsweise Mitarbeiter aus Office, Fahrer und den Event-Organizer. FAQs sind auch immer eine gute Idee. Ganz recht dann das Kontaktformular. Und das Blog nutzen wir jetzt in diesem Fall nicht als Blog, sondern im Prinzip als Sammlung für die Tricks, die wir hier anbieten. 10 Tricks insgesamt. Hier geht es eher darum, dass wir diese Beiträge nutzen, um daraus ein Grid auf der Startseite zu erstellen und insgesamt auch die Beiträge selbst ein bisschen gestalten. Wenn ich mal auf diesen Beitrag klicke, dann möchten wir hier so Elemente einbinden, wie wann der Beitrag rauskam, von wem der veröffentlicht wurde, wie die Kommentarbox aussieht und eventuell hier auch noch das Layout der veröffentlichten Kommentare. Im Prinzip haben wir schon alle Daten auf der Website. Jetzt müssen wir sie nur noch mit dem Theme umsetzen und dazu müssen wir es zuerst installieren. Nach dem Kauf erhältst du Zugriff auf das Dashboard. Dort kannst du dich einloggen und dann auf Download Files klicken. Und wie du hier unten sehen kannst, habe ich die vier Dateien bereits heruntergeladen. Im Dashboard gehst du jetzt bei Design und Themes auf Theme hochladen und kannst dann die ZIP-Datei hochladen oder auch einfach für das Theme nach Cadence suchen und es aus dem WordPress Repository laden. Na, da wir schon die ZIP-Datei geladen haben, wähle ich die jetzt einfach mal aus. Ein Klick auf Cadence und Open. Jetzt installieren. Nach der Installation noch aktivieren. Ja, gerne mal auf Website ansehen. Und es sieht schon jetzt ganz anders aus. Wunderbar. Zurück im Dashboard auf Plugins installieren. Plugin hochladen, Datei auswählen, Cadence Pro, Open, Installieren und aktivieren. Das nächste Plugin installieren, hochladen, Datei auswählen, Blocks Pro, Installieren, aktivieren. Gerne auch die Cadence Blocks installieren. Hier gibt es bei mir einen kleinen Installationsfehler. Ich gehe einfach mal zurück auf das Admin Interface, indem ich hier oben die URL lösche. Return. Bevor ich die Lizenz aktiviere, noch einmal auf Plugins installieren, hochladen, Datei auswählen und die Custom Fonts. Ja, warum nicht? Open, jetzt installieren, aktivieren. Jetzt haben wir alle Dateien hochgeladen, also klicke ich jetzt hier, um den Lizenzschlüssel zu aktivieren. Den finde ich in meinem Account unter Product API Keys. Mein Key ist hier zum Teil überdeckt, aber ich habe ihn schon in den Zwischenspeicher kopiert. Jetzt noch schnell hier einfügen und aktivieren und schon ist Cadence Pro aktiviert. Und Cadence Blocks Pro lässt sich unter Einstellungen Cadence License Activation aktivieren. Theoretisch brauchen wir die Starter Templates nicht, weil wir ja ein ganz eigenes Layout umsetzen. Aber ich würde trotzdem empfehlen, sie mal zu installieren. Wenn du lieber mit einem Starter Template anfangen möchtest, dann brauchst du einfach nur hier draufklicken. Und das Coole ist, ich habe schon ausgiebig getestet, du kannst nur die eine Seite oder aber auch die komplette Website importieren, indem du hier auf Full Site klickst. Und das Coole ist, wenn dir das dann nicht gefällt, dann kannst du ohne Probleme einfach das nächste installieren. Cadence fragt dich dann, ob du die vorherige Installation komplett entfernen möchtest. Ich habe es getestet, es funktioniert einwandfrei. Würde ich für die Skate Docs ein Starter Template auswählen, dann wahrscheinlich dieses hier, weil es hier auch um Sport geht. Und damit du dir jetzt schon vorstellen kannst, wie es nachher mal aussehen soll. Wir wollen auch so ein Hero Element haben, die Skateboard Tricks, ein Formular, vielleicht sogar Testimonials, so eine Team- oder Trainerseite oder Sektion. Beides eigentlich. Hier sind die Blog Posts, die bei uns Tricks wären, über uns und ein Fußbereich. Das machen wir jetzt von Grund auf, ohne ein Starter Template zu verwenden. Die meiste Arbeit findet nachher im Customizer und auf den Seiten und Beiträgen selbst statt. Vorher möchte ich nur kurz zeigen, welche Optionen und Einstellungsmöglichkeiten es ansonsten noch gibt. Nach der Installation haben wir den Cadence Menüpunkt unter Design. Ganz wichtig, eine große Rolle spielen nachher hier die Elements. Das sind globale Blöcke, die sich dann an beliebiger Stelle einfügen lassen. Davon machen wir auf jeden Fall Gebrauch. Die Starter Templates haben wir schon gesehen. Custom Fonts sind einfach Fonts, die wir vielleicht selbst erstellt haben oder auch Fonts, die wir umgewandelt haben, zum Beispiel in dem Schriftschnitte oder auch Schriftstärken aus dem Font entfernt wurden. Was immer dann Sinn macht, wenn man versucht, noch ein bisschen Performance bei den Ladezeiten heraus zu kitzeln. Nicht etwas, worauf wir uns hier im Tutorial fokussieren werden. Das heißt, wir können einfach mal hier reingucken. Das sind die Cadence Blocks. Die haben wir auch lizenziert. Und die ermöglichen uns wirklich fantastische Layout-Ideen umzusetzen. Und wer seine Website ein bisschen schneller machen möchte, ein bisschen schlanker, der hat ja auch die Möglichkeit, die Blocks, die hier alle immer aktiviert sind, auch zu deaktivieren. Das Reihen-Layout ist sehr wichtig, denn in Reihen platzieren wir Spalten und in Spalten kommen Content-Elemente rein. Wie das funktioniert, das sehen wir uns im Detail wirklich an. Formulare werden wir brauchen. Eine Galerie werden wir auf jeden Fall einbinden. Call-to-Action-Buttons auch. Abstandhalter sind natürlich wichtig. Überschriften, Tabs, Infoboxen, Akkordeons, Icons, Testimonials. Das meiste davon werden wir einbinden. Image-Overlays, Split-Content, Post-Grid, also ein Beitrags-Grid oder Karussell. Damit werden wir wahrscheinlich unsere Tricks anpreisen, die Blog-Posts. Models sind Pop-up-Boxen. Produkte haben wir nicht. Das ist ein Thema, was wir außen vor lassen. Deswegen können wir das durchaus deaktivieren. Müssen wir nicht, aber können wir. YouTube-Videos bauen wir natürlich auch ein und dazu werden wir das Video-Pop-up verwenden. Und die Funktionen vom Portfolio-Grid schauen wir uns auch an. Wo finden wir diese Blogs? Dazu habe ich die Seite Test angelegt. Klicke mal mit der Maus hier rein, auf das Plus-Symbol und da werden sie uns schon angezeigt. Icon, Heading, Galerie und so weiter. Eine besondere Rolle wird das Row-Layout spielen, denn die Zeile oder Row ist das Basis-Element, was wir brauchen, um darin andere Elemente zu platzieren und zu stylen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie das funktioniert, denn das ist die Basis aller Page-Builder heutzutage, was die Gestaltung des Layouts betrifft. Ich kann hier einfach mal das Wort Test löschen, klicke nochmal auf Plus, Row-Layout und jetzt kann ich hier ein zweispaltiges Layout aktivieren, können auch direkt mal die Design Library nutzen. Hier nehmen wir einfach mal die Dual-Buttons und hier sehen wir ja, dass schon ein zweispaltiges Layout eingefügt wurde. Ich kann jetzt hier mit der Vorlage auch die Breite der Spalte leicht beeinflussen, indem ich hier einfach anklicke und ziehe und das Layout ändert sich dann automatisch ab. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, was hier passiert, denn wenn ich hier auf den Button Style klicke, dann bearbeite ich den Button und dieser Button befindet sich in einer Sektion. Wenn ich auf die Sektion klicke, dann wird die einzelne Sektion gehighlighted, zum Beispiel ich klicke hier auf das Bild, dann nochmal auf Sektion und dann wird schnell klar, dass wir innerhalb der Zeile, in der wir sind, in der rechten Spalte gerade, das Content Element Bild angeklickt haben. Allgemein lässt sich festhalten, jeder Page-Builder gibt die Möglichkeit, eine Zeile oder Row zu erstellen. Innerhalb dieser Row lassen sich dann Spalten platzieren. Sagen wir hier in diesem Beispiel haben wir dann drei Spalten und innerhalb der ersten Spalte gibt es dann weitere Elemente, die ich dann frei platzieren kann, wo auch immer ich sie haben möchte. Sagen wir Text, Bild und noch ein Bild. Zeile, Spalte, Spalte, Spalte und Content Element, Content Element, Content Element. Wer das verstanden hat, kann jedes beliebige Layout im Prinzip mit allen am Markt befindlichen Page-Bildern umsetzen. Wenn wir uns so die Startseite angucken, dann fällt direkt auf, dass das Wort Startseite natürlich nicht auf der Startseite stehen sollte. Das müssen wir ausblenden. Ansonsten das Logo und das Menü ist ganz gut. Vielleicht könnten wir noch eine Suchbox oder so hier oben platzieren. Und der erste Block, den wir einbauen sollten, ist die Hero-Sektion. Bestehend aus Bildern, die im Hintergrund vielleicht auch ineinander übergehen. Aber zumindest mal ein Bild mit dieser Überschrift hier. Deine Skateboard-Schule in Musterstadt seit 1895. Wir werden definitiv die älteste Skateboard-Schule in ganz Deutschland. Wahrscheinlich der Welt. Okay, zuerst der Header, also Up in den Customizer. Und hier lassen sich etliche Einstellungen von Cadence für das Theme oder für das Layout erreichen. Gehen wir einfach mal hier durch. Unter Allgemein im Bereich Layout kann ich die Maximalbreite für die Hauptspalte einstellen. Hier kann ich ein bisschen enger werden oder größer werden. Um die 1000 sollte eigentlich reichen. Damit können wir nachher noch spielen. Die Abstände oben und unten beziehen sich auf die Content-Box. Fünf ist in Ordnung. Schmales Layout-Inhalt, Max-Breite, das gucken wir uns gleich an. Dazu brauchen wir erst breitere Inhalte wie ein breites Bild und schmaleren Text. Hier lassen sich die Abstände zwischen den Elementen definieren oder besser gesagt das Padding an der Seite. Diese Content-Box in der Mitte kann ich auch mit einem Schlagschatten versehen, wenn ich hier Transparenz mal aufhebe. Und wenn ich möchte, kann ich auch noch runde Ecken definieren. Die Einstellungen für das Archiv-Raster machen natürlich nur Sinn, wenn wir tatsächlich in ein Archiv reingehen. Das ist das Blog-Archiv. Hier habe ich die einzelnen Beiträge. Die sind aktuell zweispaltig ausgerichtet. Das kann ich aber auch noch nach Belieben anpassen. Und hier lässt sich dann der Abstand, also das innere Padding für die Content-Elemente oder den Text hier in der Mitte einstellen. Auch wieder den Schlagschatten, den sehen wir hier unten. Und auch, ob diese Box so runde Ecken haben soll oder nicht. All das lässt sich unabhängig für das Desktop-Layout, Tablet oder Mobile-Layout bestimmen. Können wir auch mal draufklicken. So sieht das Tablet-Layout aus und so sieht das Mobile-Layout aus. Wenn wir mit den Einstellungen zufrieden sind, dann auf Veröffentlichen klicken. Wir haben jetzt hier noch keine Sidebar, das gucken wir uns also später nochmal an. Die Farben sind praktischerweise als globale Paletten hinterlegt. Davon kann ich drei Stück haben. Die, die ich anklicke, ist dann aktiv. Mir gefällt die erste eigentlich sehr gut. Die kann ich jetzt auch einzeln anpassen, wenn ich dieses Blau hier ein bisschen tiefer haben möchte. Nee, heller ist tatsächlich besser. Ja, die Basisfarbe hat mir besser gefallen. Also einfach rückgängig. Jetzt hat er tatsächlich das Grau gemacht. Dann machen wir das doch ein bisschen blauer. So ist perfekt. Der Seitenhintergrund, da ist diese Farbe hier ausgewählt. Wenn ich jetzt diese hier auswähle, dann wird alles durchgängig auf diese Farbe gestellt. Das können wir so belassen. Die Inhaltsbox soll auf jeden Fall weiß bleiben. Das ist okay. Der Titel über dem Inhalt, das ist diese Box hier, kann ich die Farbe auch anpassen. Diese Farbe ist okay. Ich habe aber noch zusätzlich die Möglichkeit hier unter Titel über den Inhalt Overlay Farbe einzustellen, welche Farbe ich hier rüberlegen kann. Und zwar macht es natürlich keinen Sinn, hier einfach irgendeine Farbe drüber zu legen. Dann würde das ja so aussehen. Die Farbe würde zu 100 Prozent überdeckt werden, beziehungsweise zu dem Prozentgrad, je nachdem wie viel Transparenz ich einspiele. Hier ist es ganz transparent, hier ist es ganz opak. Ich könnte aber hier theoretisch noch einen zweiten Gradienten einbauen, das Ganze so aussehen lassen und die Hintergrundfarbe durchscheinen lassen. Jetzt haben wir hier einen ganz dezenten Gradienten-Effekt. Okay, brauchen wir nicht. Direkt darunter kann ich auch noch die Farbe der Links einstellen. Hier ist zum Beispiel ein Link zu sehen. Das ist die Primärfarbe. Die kann gerne so bleiben, aber vielleicht könnte ich die Hoverfarbe mal auf Rot oder dieses Lila hier stellen. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann wird der Link jeweils ja, Einstellungen veröffentlichen und wieder zurück. Durch die nächsten Punkte können wir ein bisschen flotter durchgehen. Hier sind die Einstellungsmöglichkeiten für Schaltflächen, also für Buttons. Bei der Typografie lässt sich einmal die Basisschriftart auswählen. Hier ist WorkSong voreingestellt. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Das ist diese Schrift hier. Auf Wunsch kann man hier auch mit der Schriftgröße ein bisschen experimentieren. 18 scheint aber genau richtig zu sein. Hier ist ein Vorschaufeld. Die Italics von Styles braucht man in der Regel nicht, außer man möchte wirklich viel schräg gestellten Text anzeigen. Bei den Überschriften ist die Überschrift Poppins ausgewählt. Die finde ich auch sehr gelungen. Man kann natürlich hier ein bisschen experimentieren. Ich persönlich mag dann die Standardschriftarten oder die, ich sag mal, geradlinigen Schriftarten am liebsten. Inherit steht für Benutze die allgemeine Einstellung. Das heißt, wenn ich hier Poppins ausgewählt habe und hier Inherit steht, dann verwendet H1 auch Poppins. Weiter unten gibt es noch die Einstellungsmöglichkeiten für die Breadcrumbs zum Beispiel. Und das hier macht nur Sinn auf Websites, wo ja diese Sonderalphabete verwendet werden. So viel zur Typografie. Scroll nach oben. Das möchten wir vielleicht ausschalten, weil hier in der Ecke unten rechts, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir ein Chatfenster oder ähnliches in Zukunft mal implementieren. Also scroll to top deaktivieren. Schon ist es weg. Veröffentlichen, zurück. Die Einstellung für die nicht gefunden Seite. Einstellung für Kommentare. Hier lässt sich sogar das Website-Feld für Kommentare ganz entfernen, wenn ich möchte. Die Brotkrumen-Navigation. Bei unserer kleinen Website ist das, ich würde sagen, noch nicht notwendig, dass wir eine haben. Schön zu sehen aber, dass hier die Unterstützung für die wichtigsten SEO-Plugins auch schon vorgesehen ist. Die Links zu sozialen Netzwerken, die sind natürlich nochmal wichtig. Ich habe jetzt hier einfach mal die wichtigsten eingetragen. Aber wenn man runterscrollt, da sieht man auch, dass es wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt, Profile einzubinden, veröffentlichen und zurück. Und zum Schluss lässt sich unter Leistung noch einstellen, ob Google Fonts lokal geladen werden oder ob das CSS-Preload aktiviert wird. Da es hier in dem Video nicht um Performance-Optimierung geht, dazu empfehle ich auf jeden Fall, die letzten Videos mal anzuschauen. Vor allem das Review zu WP Rocket. Lasse ich das mal deaktiviert. Scroll to ID ist, wenn jemand einen Link aufruft, der hinten eine ID oder ein Hashtag angehangen hat. Coolophon ist jetzt zum Beispiel die ID des Futters hier unten, dieses Bereichs. Wenn ich diesen Link hier oben einfüge und jetzt auf Return gehe, dann gibt es eine kleine Animation beim Runterscrollen zu dieser ID. Das geht allerdings so schnell, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob man das im Video erkennen konnte. Das waren die allgemeinen Einstellungen. Jetzt geht es zum Header, mit dem ich eigentlich weitestgehend zufrieden bin. Da fehlt mir nur noch die Suchbox. Es wäre cool, hier rechts an der Seite noch ein Lupensymbol zu haben, womit die Suchbox initiiert werden. Und dabei kann ich auch gleich erklären, wie das mit dem Header funktioniert. Sobald wir in die Anpassung für den Header eingestiegen sind, gibt es jede Menge Module, die ich hier an diesen neun Stellen, also drei Zeilen und drei Spalten, einfügen kann. Entweder füge ich meine gewünschte Funktion via Drag & Drop hier ein oder ich kann auch einfach auf die Box klicken und Suchen auswählen. Und schon wird es oben angezeigt. Vielleicht möchte ich die Box lieber links neben der Primärnavigation haben. Dann muss ich sie einfach rüberziehen und fallen lassen. Für meinen Geschmack ist es besser so. Und das ist auch alles das, was ich hier oben selbst machen möchte. Aber ich möchte noch erklären, dass sich auch die Zeilen selbst konfigurieren lassen. Also beispielsweise, wozu würde man das überhaupt verwenden? Die obere Zeile könnte ich einfach mal vom Design her mit einer anderen Hintergrundfarbe belegen. Sagen wir schwarz, dann wieder zurück und dann hier in die Mitte einfach mal ein bisschen HTML einfügen. Also hier. Ein Klick auf das Rädchen bringt diese HTML Box zum Vorschein. Und hier füge ich mal 20% Rabattaktion ein. Mein Hintergrund ist aktuell noch nicht schwarz. Das korrigieren wir gleich. Ich weiß aber, dass der Text auf jeden Fall ein bisschen fetter sein soll. Sagen wir so. Und auch weiß. Jetzt nochmal in die Einstellung der Zeile. Also Top Row Hintergrund ist schwarz, aber die ganze Box ist auf transparent eingestellt. Und in diesem Fall muss ich den Wert auch nochmal überschreiben. Also hier auch nochmal auf schwarz. Und jetzt ist die Box oben schwarz. Jetzt wäre es natürlich cool, hier noch ein Button daneben zu haben. Also nochmal ein Klick auf die Box. Schaltfläche. Konfigurieren. Jetzt sichern als Text. Hier kann ich einstellen, ob dieser Button klein, mittel oder groß sein soll. Klein reicht in diesem Fall. Und bei der Schriftart wollen wir auch schön fett. Neben dem Button ist jetzt auch noch eine Margin hier unten eingestellt von 30. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir das auf 10 setzen. Ja, rückt ein bisschen enger zusammen. Ist auf jeden Fall besser. Und jetzt muss nur noch ein bisschen Platz oben und unten, dass es nicht so gedrückt aussieht. Also zurück in die Row. Und jetzt oben und unten sagen wir mal 20 Pixel Padding. Das reicht noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir auch eine Höhe konfigurieren. Na, sagen wir hier 60. Ja, und dafür kann diese Zeile hier verwendet werden. Wenn ich jetzt die beiden Schaltflächen hier unten reinziehe und hier auch, dann noch die Bottom Row konfiguriere. Machen wir hier auch mal 60 mit einer Hintergrundfarbe von schwarz. Dann sehen wir, ich könnte es auch an dieser Stelle einfügen. Das ist gestalterisch ganz mir überlassen. Dies nur zur Demonstration. Ich entferne die beiden Sachen jetzt mal wieder. Veröffentlichen. Und so habe ich jetzt meine Suchbox mit drin. Kann dann auch die Suchergebnisse, die ich gleich noch umgestalten werde, später abrufen. Übrigens, die Fußzeile sieht aktuell noch sehr traurig aus. Also gehen wir mal zurück und konfigurieren den Futter, der sich übrigens genauso einbinden lässt oder gestalten lässt, wie der Header auch. Wir sehen hier im Unterschied, dass es zum Beispiel fünf Spalten gibt. Aber das ist auch beim Header frei konfigurierbar, indem ich auf die Einstellung der Row klicke. Und hier sehen wir bereits, dass wir auch zum Beispiel nur drei Spalten verwenden können. Oder fünf, so wie es uns am besten gefällt. Also die Menüpunkte, die hätte ich ganz gerne hier in der Mitte rechts. Also ziehen wir das einfach mal rüber. Hier ist auch offensichtlich eine Hintergrundfarbe definiert gewesen. Das ist in Ordnung. Das kann von mir aus so bleiben. Wir brauchen dann nur eine hellere Farbe, was die Menüpunkte betrifft. Also ein Klick auf das Rädchen und dann unter Design die Farbe der Navigation auf Weiß. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann sehen wir dieses Blau hier. Da könnten wir zum Beispiel diese hellere Schattierung nehmen. Ja, das ist okay. Fünf Spalten scheinen für die Navigation etwas zu schmal zu sein. Also nochmal in die Konfiguration der Zeile. Und ich denke, es würde sogar reichen, hier zwei Spalten zu nehmen. Dann verschwindet das Widget hier, bzw. die Futter-Navigation. Wenn ich jetzt mit der Maus drüber fahre, dann sehen wir auch, dass wir hier deutlich mehr Platz haben. Ich könnte auch die Containerbreite auf Boll stellen und dann wären diese Links immer ganz unten rechts beinhaltet. Sieht dann so aus. Die Standardeinstellung ist dann für dieses Layout aber die richtige. Hier gibt es auch noch weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Top-Spacing und den Unten-Abstand. Das wäre dann Bottom-Spacing, also den Platz darüber und darunter. Unten links wären übrigens die Social-Icons noch ganz gut einzubringen. Facebook, Twitter und Instagram ist schon drin. Ein Klick hier auf die Einstellungen und wir können auch noch YouTube hinzufügen und den Titel übersetzen. Es wäre schön, jetzt noch die Icons nach links auszurichten, sodass sie mit dem F ausgerichtet sind. Das scheint aber aktuell nicht möglich zu sein. Ich habe es an diversen Stellen ausprobiert. Ich würde sagen, normalerweise wäre das hier die Margin-Funktionalität. Aber wenn ich den linken Wert auf negativ 10 zum Beispiel stellen will, dann geht auch das Folge uns nach links. Das heißt, die Buttons direkt kann man nicht beeinflussen. Müssen wir also mitleben. Das sind dann die Kleinigkeiten, für die man ein klitzekleines bisschen CSS selbst einfügen muss. Oder man stellt einfach eine Support-Anfrage. Wir haben die Socials, wir haben die wichtigen rechtlichen Links. Man könnte jetzt noch diverse Menüs hier oben einfügen, beispielsweise die Blog-Posts, die letzten Kommentare. Das möchte ich aber nicht unbedingt in meinem Layout haben. Mir reicht noch der Copyright-Hinweis hier unten. Kann ich ganz unten einfügen. Copyright, dann auf die Einstellungen und hier unter Design mal auf Weiß. Kuchen musst du noch runterscrollen. Hier ist es jetzt eingestellt. Den Hinweis auf das Theme, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt drin lassen. Das heißt, das können wir dann hier oben rausnehmen. Und jetzt klicken wir noch auf Veröffentlichung, damit das hier auch alles gespeichert wird. Klicken wir noch auf die Einstellung für die Bottom-Row und hier auf Design. Ich vermute, dass sich diese Rahmenzeile hier auch noch deaktivieren lässt. Hier ist ein Rahmen von einem Pixel eingestellt. Machen wir den einfach mal auf 0. Schon ist er auch verschwunden. Insgesamt ist das noch ein bisschen viel Platz zwischen den Elementen. Da könnten wir dann im Futter, vor allem hier in der Mittelzeile mal in den Einstellungen Top- und Bottom-Spacing auf 40 reduzieren. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Das können wir fürs Erste so lassen. Also veröffentlichen. So sehen Header und Futter bis jetzt aus. Und das bedeutet, wir können jetzt in den nächsten Punkt einsteigen. Seitenlayout. Seitenlayout und Blogbeitrag sind überaus wichtig, denn diese beiden Punkte bestimmen, wie die Seiten und Blogbeiträge tatsächlich aufgebaut sind. Hier haben wir eine Menge Konfigurationsmöglichkeiten, die kaum einen Wunsch übrig lassen. Im Seitenlayout können wir zuerst konfigurieren, ob dieser Seitentitel hier angezeigt wird. Wenn ich den deaktiviere, dann wird er auch nicht mehr angezeigt. Müsste jetzt noch konfigurieren, dass die Contentbox nach unten rutscht. Die scheint ein negatives Margin zu haben, aber ist gar nicht das Layout, was ich versuche zu erreichen. Ich möchte ganz gerne, dass der Seitentitel angezeigt wird. Der wird ja hier in der vollen Breite angezeigt und ich kann jetzt auch auf Beinhaltet klicken, um diesen eher einheitlichen Look zu erzielen. Ist auch nicht das, was ich möchte. Seitentitel links, rechts, Mitte. Wie hoch der Container sein soll? 200 ist in Ordnung. Bei Seiten habe ich dann noch gewisse Titel-Elemente, die ich dazu schalten kann, wenn ich möchte. Erstmal die Brotkrumen-Navigation. Die wird dann hier angezeigt. Meiner Meinung ist das nur notwendig, wenn wir sehr viele Seiten, sagen wir mal deutlich über 50 oder sogar 100 haben, die strukturtechnisch auch ineinander verschachtelt sind. Also Unterseiten und Unterunterseiten brauchen wir also nicht. Wir haben hier auch die Möglichkeit, weitere Konfigurationsoptionen einzustellen, auch bei Meta. Da gibt es sogar einiges. Wenn wir das mal anschalten, die Meta-Informationen sind die Autoren- Information, Publikationsdatum und so weiter. Bei den Seiten brauchen wir das ja in der Regel nicht, deswegen schalten wir es wieder ab. Gleich bei den Posts, bei den Beiträgen, da schauen wir uns das dann noch einmal genauer an. Jetzt kommt es zum Seitenlayout selbst. Das ist diese Box hier. Normal, schmal oder voller Breite. Dann geht es von ganz links nach ganz rechts. Mit einer linken Sidebar, die kann ich auch umstellen, wenn ich eine alternative Sidebar angezeigt haben möchte. Und einer rechten Sidebar. Also alles wirklich sehr gut konfigurierbar. Die Box kann gerahmt sein, so wie jetzt oder auch ohne. Das heißt, wir haben nur einen Hintergrund. Gerahmt gefällt mir besser. Weiter runter. Und das Padding, also den Zwischenraum zwischen dem darüber liegenden Element und der Content Box, kann ich aktivieren, deaktivieren. Wenn wir runterscrollen, ist es auf beiden Seiten deaktiviert. Oder nur oben bzw. nur unten anzeigen. Ich möchte es gerne auf beiden Seiten haben. Ich habe jetzt für diese Kontaktseite kein Titelbild hinterlegt. Ansonsten könnte ich es natürlich auch anzeigen. Und auch Kommentare, falls ich die ausnahmsweise mal auf den Seiten haben möchte. Das ist soweit das, was ich hier einstellen möchte. Also veröffentlichen. Und jetzt möchte ich etwas vorgreifen, weil ich denke, das ist ganz wichtig. Denn nicht jedes Mal möchte man die generellen Einstellungen für alle Seiten haben. Es mag dann vielleicht vereinzelt Seiten geben, bei denen ich gewisse Elemente an- und abschalte. Dies hier sind ja die Standardeinstellungen für alle Seiten. Also für das gesamte Seitenlayout. Wenn ich jetzt mal in den Edit-Modus dieser Kontaktseite gehe, dann kann ich hier oben über den Einstellungsbutton für die Seite selbst all diese Einstellungen überschreiben. Nur für diese Seite im Speziellen. Und das ist ganz wichtig. Das finde ich jetzt top gelöst. Wenn ich hier zum Beispiel sagen möchte, ja diese Seite soll die gesamte Breite in Anspruch nehmen. Kein Problem. Ansonsten ist natürlich Default voreingestellt. Gerade bei der Kontaktseite könnte es wichtig sein, dass ich nicht möchte, dass der Besucher abgelenkt wird. Und ich hier den Header und Futter beispielsweise deaktiviere. Also hier sind wir auf der Kontaktseite mit Header und Futter. Und wenn ich jetzt hier auf Disable Header und Disable Futter gehe, aktualisiere und danach neu lade. Jetzt lade ich neu. Dann ist zwar noch der Seitentitel da, aber Header und Futter sind weg. Jetzt muss ich natürlich für den Besucher auch dafür sorgen, dass er einen Link hat, um wieder zurückzukommen. So kann er sich aber voll und ganz auf das Ausfüllen des Buchungsformulars oder auf das Betätigen des Warenkorbs, Checkout-Prozesse und so weiter konzentrieren. Okay, das wieder rückgängig machen, aktualisieren und zurück im Customizer. Jetzt schauen wir uns mal die allgemeinen Einstellungen für die Blogbeiträge an. Hier gibt es einmal den Einzelbeitrag. Das ist ein einzelner Blogpost und das Archivlayout. Fangen wir doch einfach mal mit dem Archivlayout an. Wenn wir auf Blog klicken, dann sehen wir hier das Archivlayout. Das ist jetzt so eingestellt, dass es zwei Spalten nebeneinander gibt. Ich möchte aber ganz gerne mehrere Elemente. Hier unten haben wir dann die Spalten, die Anzahl der Spalten. Das möchte ich mal anklicken. Den Titel möchte ich gerne haben, aber das Exzerpt nicht auf dieser Seite. Und so habe ich dann eine dreispaltige Anzeige. Das gefällt mir persönlich am besten. Es soll aber bitte nicht heißen, mehr lesen, sondern Tutorial. Das hört sich gut an. Wir sehen ja hier, was wir noch für Sachen machen können. Beispielsweise die Kategorien anschalten, die Metainformationen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie das im eigenen Fall am besten zu lösen ist. Ich möchte diese Seite jetzt so einfach wie möglich halten. Also schalte ich diese Informationen einfach wieder ab. Schön einfach und sauber. Ja, ich kann hier natürlich auch, wie bei den Seiten, ein Sidebar dazu schalten, wenn ich möchte. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden damit. Also veröffentlichen und zurück. Jetzt geht es um den Einzelbeitrag. Da klicke ich einfach mal hier auf Trick 1, Olli. Das hier sieht jetzt aus wie ein normaler Blogpost. Wenn ich jetzt mal hier runterscrolle, sehen wir den Text, den ich hier hinterlegt habe. Hier fehlen aber noch diverse Informationen. Also hier ist es vielleicht in Ordnung zu sagen, wer das veröffentlicht hat und wann. Wenn ich das möchte. Also hier Einzelbeitrag in Boxlayout. Ich scroll mal nach oben. Auch hier habe ich wieder Breadcrumb, Categories, Title, Meta und so weiter. Meta ist ja aktiviert. Und weiter unten kann ich noch bestimmen, wie das Titelbild angezeigt wird. Möchte ich hier die Kommentare anzeigen, zum Beispiel. Hier werden sie ja nicht angezeigt. Kommentare anzeigen aktiviert. Und hier sind die Kommentare, die ich hinterlegt habe. Beitragsautorbox, das spielt jetzt hier auch keine Rolle. Ich bin auf jeden Fall soweit Frieden. Ich habe die Kommentare drunter. Das Bild ist großgezogen. Das war mir wichtig. Hier kann ich ja mal experimentieren mit verschiedenen Formaten. 1 zu 1. Dann wird es gigantisch. Vererben ist das, was standardmäßig eingestellt wird. 4 zu 3. Und auch hier ist natürlich wieder der Fall, dass ich das in den Einstellungen im einzelnen Beitrag auch wieder an diesen Beitrag anpassen kann. Also wenn zum Beispiel mein Bild nicht richtig angezeigt wird, dann kann ich das hier optimieren. Vererben, das ist ganz in Ordnung. Und ich denke mir, das ist auch das, was ich hier erstmal brauche. Also veröffentlichen. Und zurück. Können wir auch mal auf die Startseite gehen. Zurück im Customizer. Das, was wir für das Seitenlayout und die Blogbeiträge gemacht haben, das können wir auch für Suchergebnisse machen. Also dazu muss ich beispielsweise mal hier auf die Suche klicken. Im Customizer wohlgemerkt. Dann nach Kurse suchen. Und jetzt habe ich hier die Suchergebnisse für Kurse. Machen wir es hier doch mal so, wie es Google macht. In einer Spalte. Das sieht ja schon deutlich besser aus. Vor allem auch, weil wir so einen großen Font haben. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, all diese Optionen dazu zu schalten. Sollte klar sein. Also veröffentlichen. Der nächste Punkt. Seitenidentität. Hier geht es um das Logo. Und welche Einstellungsmöglichkeiten es hier insgesamt gibt. Kann ich also die Größe des Logos einstellen. Ich denke, mit 100 liegen wir dazu schon mal ziemlich gut. Vielleicht möchte ich nur das Logo anzeigen. Ich finde es eigentlich ganz gut mit Title. Das passt eigentlich alles ganz gut. Hier oben haben wir auch nicht den blauen Header. Das ist vielleicht auch okay bei den Suchergebnissen. Veröffentlichen und fertig. Als nächstes die Menüs. Hier habe ich bisher zwei Menüs deklariert. Einmal das Hauptmenü von hier oben. Und natürlich auch das rechtliche Menü. Also das Futtermenü hier. Für mehr Menü habe ich jetzt auf dieser Seite keinen Bedarf. Aber es lassen sich natürlich mit der WordPress internen Funktion auch weitere Menüs erstellen und dann hier zuordnen. Wir sehen hier zum Beispiel in den Einstellungen für das Hauptmenü, dass es hier auch möglich ist, zum Beispiel für die mobile Variante ein separates Menü zu haben, falls ich wirklich so viel Menü brauche. Dann kommen noch die Widgets. Also zusätzliche Funktionalität, die ich an vielen Stellen. Normalerweise verwende ich die Widgets ganz gerne in dem Futterbereich. Aber hier auf dieser Website haben wir für die eigentlich keine Auktion. Die müsste ich natürlich dann auch erst mal erstellen. Die Homepage-Einstellungen natürlich auch wichtig. Die Homepage ist die Seite mit dem Namen Startseite. Und die Beitragsseite ist die Seite mit dem Namen Block. Okay. Zusätzliches CSS sollte klar sein. Und Import-Export. Wenn ich all diese Einstellungen einmal gemacht habe, dann kann ich die auch exportieren, um sie woanders wieder zu importieren. Auch eine coole Sache. Und damit sind wir tatsächlich durch diese monsterfielen Einstellungsmöglichkeiten hier durch. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass das alles WordPress-typisch im allgemeinen Menü ist und das demonstriert, dass es nicht notwendig ist, wie beispielsweise bei Theme-Buildern wie Divi und Elementor, die dann ihre eigenen Oberflächen dafür basteln. Ich will jetzt nicht sagen, dass das grundsätzlich schlecht ist, das zu machen. Aber es sorgt doch einfach für mehr Einheitlichkeit, wenn die Theme-Provider sich einfach an die Standardvorgaben halten und diese Art der Benutzerschnittstelle verwenden. Denn dann ist es für die Käufer und die Nutzer wie uns nicht notwendig, immer wieder etwas Neues und anderes zu lernen. So aufregend das manchmal auch sein darf oder sein kann. Wir sind also jetzt mit den allgemeinen Optionen fertig und können uns jetzt endlich mal daran machen, die verschiedenen Content-Sektionen und Module einzustellen. Für die Startseite und andere wichtige Seiten schwebt mir ein Layout wie dieses hier vor. Das heißt, wir haben oben die Navigation, dann über die gesamte Breite ein Bild und dann haben wir vielleicht hier in der Mitte eins, zwei oder drei Spalten, so ähnlich zum Beispiel wie das hier. Oder hier unten die Yoga Studio Seite, dann haben wir auch Logo Navigation und dann ein schönes Bild und in der Mitte der Hinweis dazu, worum es eigentlich geht. Wenn wir uns die Startseite jetzt mal angucken, dann sieht die eher aus wie eine normale Content-Seite. Das Wort Startseite sollte darauf natürlich auch nicht vorkommen und irgendwie müssen wir das jetzt verschwinden lassen und dann auch den Rand hier an der Seite loswerden. Ich denke, für so Seiten wie vielleicht über uns oder FAQ, je nachdem. Oder besser sogar noch für Seiten wie, sagen wir, das Impressum. Da ist es voll in Ordnung, so ein einfaches Layout zu haben. Aber diese anderen Seiten, die wir hier haben, das sind ja eher Landingpages, auf denen wir die Chance haben, unsere Besucher davon zu überzeugen, bei uns einen Kurs zu buchen. Also die Seite bearbeiten, das habe ich hier schon mal geöffnet. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die Seite darauf vorbereiten, dieses, ich sag mal, breite Layouts zu empfangen. Denn in den Seite-Settings, die wir ja im Customizer vorgenommen haben, haben wir diesen Stil ja allgemein als Grundstil eingestellt. Diesen Grundstil müssen wir jetzt in den Seiten-Settings verändern. Damit überschreiben wir sozusagen den Grundstil oder den Standardstil. Also wir brauchen keinen Titel. Die Breite des Layouts ist volle Breite. Wir wollen kein Box oder eingeboxtes Layout haben. Kein Padding und ein Featured Image brauchen wir jetzt hier auch nicht, weil wir jedes einzelne Element kontrollieren. Und jetzt aktualisieren wir das mal. Wie sieht die Seite jetzt aus? Ja, das ist tatsächlich genau richtig. Allerdings haben wir jetzt die blaue Farbe hier verloren. Das könnten wir auch noch mal einstellen. Und zwar im Customizer und hier im Header. In der Main-Row, in den Einstellungen, unter Design, Hauptzeile, Hintergrund und dann nehmen wir unsere hellblaue Farbe. Das gleiche hier unten. Egal was ist, wir wollen ja immer, dass das unsere hellblaue Farbe hat. Veröffentlichen und wieder zurück. Wir wollen hier also erstmal ein Bild haben mit der Haupt-Headline und dann diesen Sätzen hier. Das heißt, zurück in Seite bearbeiten. Und bevor wir jetzt damit anfangen, gibt es noch eine wichtige Sache bei Cadence und Cadence Blocks. Wir verwenden jetzt diese Blocks. Und die Einstellungen dafür finden sich hier oben rechts bei den Seiten. Hier gibt es den Reiter Block Defaults. Und hier kann ich für jeden Block, den ich verwenden möchte, Standardvorgaben definieren. Hier ist es wichtig, dass ich dann vor allem mich um dieses Row Layout hier versorge. Und zwar kann ich hier erstens die allgemeinen Einstellungen vornehmen und darunter vor allem das Padding. 80 oder vielleicht sogar 120. Zu viel ist kein Problem, weil wir können die Box manuell immer kleiner ziehen. Und unter Structure Settings wollen wir diese Box hier auf jeden Fall anschalten. Die bewirkt, dass was auch immer das Haupt-Theme eingestellt hat. Diese Breite wird dann übernommen. Würden wir das nicht machen, dann könnte es sein, dass die Box, die in der Mitte angezeigt wird, an der Seite noch Ränder, also freien Platz hat. Mit dieser Einstellung schmiegt sich das genau bis an das oder bis an den Seitenrand. Okay, und damit haben wir eigentlich alle Voreinstellungen getroffen. Und jetzt können wir unser erstes Element einfügen. Wie aufregend! Boom! Und schon habe ich alle Layout-Bereiche, alle Sektionen im Layout auf der Startseite umgesetzt und hier ein bisschen Vorarbeit geleistet. Das hat den Vorteil, dass ich dir schneller zeigen kann, wie ich dabei vorgegangen bin. Beginnen wir mal mit der Hero-Sektion Skateboard lernen im Musterstart ganz oben im Dokument. Wir machen also jetzt genau das nach, was du hier sehen kannst. Also ich klicke mal hier drauf und füge vorher ein Element ein. Jetzt habe ich hier eine Zeile. In die Zeile füge ich eine Row-Layout-Box ein. Also eine Zeile. Das Layout hier hat nur eine Spalte hier in der Mitte, die Zeile und ein großes Hintergrundbild. Also eine Spalte und dann kommt das Hintergrundbild hier rein. Ich kann bei dieser Box einfach mal nach Image suchen und jetzt ist die Frage wo eigentlich. Und zwar nicht etwa hier als Block oder Element hinzufügen, sondern ich muss dazu die Zeile selbst selektieren und kann dann hier rechts unter Background Settings ein Bild auswählen. Jetzt muss ich es nur noch finden. Hier sind die Jungs. Auswählen. Und schon haben wir hier das Hintergrundbild. Ich könnte der Übersicht halber hier unten einfach nochmal ein Element hinzufügen und zweimal auf Return drücken, damit wir ein bisschen Abstand haben. Und hier haben wir jetzt 300 Pics Abstand nach oben und das gleiche auch nach unten, sodass wir das Bild ganz sehen können. Also ich klicke hier drauf und kann dann diese Box einfach bewegen. Zack bis auf 300. Hier unten auch 300. Und dann haben wir ja das Bild hier ein bisschen runter getönt. Das erreicht man mit einem Background Overlay. Hier kann ich die Farbe aussuchen, das Schwarz. Dann noch an der Opacity spielen. 50 scheint mir ungefähr richtig zu sein. Ne, dann machen wir hier auch 30. 30. Und damit ist das Hintergrundbild definiert. Jetzt ist ja im Original noch ein bisschen mehr Platz nach oben und unten und das kommt durch die Box hier in der Mitte. Die drückt den Content ja sozusagen nochmal auseinander. Ich kopiere jetzt schon mal den Text, den ich hier habe. Klicke hier drauf und dann Kopieren. Wir sehen auch, dass WordPress hier eine spezielle Information liefert und zwar, dass die Blöcke kopiert wurden. Und wenn ich jetzt hier nach oben scrolle, da drauf klicke, kann ich erstmal einen Absatz einfügen. Hier ist der Absatz. Man kann den noch schlecht lesen. Ich füge jetzt aber mal den Text ein und er ist jetzt aktuell noch links ausgerichtet und ja relativ schwer zu lesen. Der Text sollte natürlich weiß sein. Wie mache ich den Text weiß? Ich könnte natürlich jeden einzelnen Text detektieren und auf weiß umstellen. Zum Beispiel hier bei Heading Color oder aber auch wieder im Row Element beziehungsweise in der Spalte geht das natürlich auch etwas weiter unten in den Optionen bei Text Color Settings die Text Farbe auf weiß stellen. Bei der Überschrift hat das jetzt noch nicht geklappt. Deswegen klicke ich mal auf die Spalte und dann auf die Zeile und stelle jetzt mal die Text Color für die Zeile auf weiß. Und siehe da, dann wird auch die Überschrift weiß. Weil wir jetzt nur diese eine Box hier in der Mitte haben, ist es auch okay hier alles auf der Zeile zu konfigurieren. Also klicken noch mal hier drauf. Hier haben wir die Farbe auf weiß, aber in der Spalte selbst, Spalte selektieren, stellen wir das Text Alignment auf zentriert und jetzt haben wir schon Bild mit Background Overlay und dem Text. Damit der Text jetzt so ein bisschen besser heraustritt, können wir der Spalte eine Hintergrundfarbe verpassen. Background Color schwarz und jetzt gibt es hier kein Overlay. Das ist aber kein Problem, weil wir können bei der Background Color auch den A-Wert zum Beispiel auf 0,5 setzen. Und schon haben wir den gleichen Effekt erzielt wie hier unten in der Box. Jetzt brauchen wir nur noch die runden Kanten oder Ecken und die lassen sich auch ganz leicht bei der Spalte unter Border Radius einstellen. Ich meine, ich habe 25 dafür verwendet. Sieht gut aus. Durch das Einfügen der Box übrigens oder vielmehr des Inhaltes hier in diese Box ist das ganze Bild noch mal höher geworden. Jetzt brauchen wir nur noch den Abstand, also ein bisschen Padding. Schauen wir unten noch mal nach, wie viel das ist bei der Spalte. Scrollen wir hier rechts runter und ich habe der Spalte 20 oben und unten verpasst. Also Spalte selektieren, runterscrollen, 20, 20 und schon sieht unser Hero Element genauso aus wie hier unten. Das war doch super easy und wenn du darin geübt bist, dann dauert das ganze auch, ich will mal sagen, vielleicht 90 Sekunden. Wie immer ist die Umsetzung schnell und easy, aber die Planung, die kostet viel Zeit. Ja, weil wir jetzt diese Box doppelt drin haben, kein Problem. Anklicken und hier oben einfach den Block entfernen, dann noch die Leerzahlen loswerden und jetzt können wir schon zum nächsten Element. So, jetzt sehen wir hier die Animationen, die GIF-Animationen. Die werde ich jetzt aber mal abschalten, einfach damit wir uns leichter auf die Arbeit konzentrieren können. Denn beim Arbeiten sehen wir die regelrecht 100-fach und das kann dann schon mal ein bisschen stören. Also speichern und Animation Policy aus dem Chrome Web Store installieren, zurück auf Seite bearbeiten und dann kann man tatsächlich unter Animation Policy die Animation deaktivieren und wenn ich jetzt aktualisiere, dann hat die Animation aufgehört. So, was haben wir hier eigentlich? Wir haben eine Überschrift und das hier ist nichts anderes als eine fertig konfigurierte Archivseite oder ein Archivelement, eine Leerzeile und den Button hier. Hier haben wir kein Hintergrundbild definiert, grundsätzlich weil wir so das Layout ein bisschen aufbrechen müssen. Jedes zweite hat ein Hintergrundbild und das sieht dann in der Regel ein bisschen besser aus. Auch hier wieder in den Content klicken, dann die Spalte und die Zeile auswählen. Hier oben ein neues einfügen. Wir geben wieder ein bisschen Platz und dann können wir von vorne anfangen. Ich hatte bei meinem ersten Versuch den Fehler gemacht und das wird dir bestimmt zwischendurch auch mal passieren, nicht mit dem Einfügen einer Row anzufangen. Ich zeig dir mal, was ich meine und zwar neuen Block hinzufügen, alle durchsuchen und dann einfach auf Posts klicken. Und jetzt kannst du schon sehen, dass wir hier so eine richtig schöne Archivseite haben, aber die geht von links nach rechts und nimmt den ganzen Platz ein. Ich wollte das aber hier im Rahmen des Layouts haben, so dass es nicht bis ganz zu den Seiten geht. Okay, ich zeig dir erstmal, wie wir dieses Element konfigurieren und dann korrigieren wir das. Also klick hier drauf. Das Post Element erlaubt die Auswahl der Blogposts und ich kann hier wirklich nach Herzenslust konfigurieren, wie ich das brauche. Und zwar möchte ich nur drei Stück haben. Kann hier auch nach Kategorie Filtern zum Beispiel. Ich weiß, dass es hier nur um die Kategorie Tricks geht. Hier kann ich tatsächlich Filter bauen und mir genau das anzeigen, was ich sehen möchte. Im Bereich Layout Settings kann ich die Anzahl der Spalten definieren. Das ist richtig mit drei. Die Bilder kann ich konfigurieren. 3 zu 2 ist soweit in Ordnung. Kategorie Settings. Das bezieht sich auf die Kategorie, die hier angezeigt wird. Die brauche ich aber nachher gar nicht. Die Titelgröße, die können wir jetzt schon ein bisschen kleiner machen. H3 oder H4 vielleicht. Und weiter unten bei Meta Settings sind die eigentlich wichtigen Informationen. Hier kann ich nämlich im Detail konfigurieren, welche Elemente hier tatsächlich angezeigt werden. Die Meta Info müssen wir aktiviert lassen. Den Autoren brauchen wir nicht. Das Datum nicht. Und was den Content betrifft, das Excerpt brauchen wir nicht. Read More auch nicht, denn die Links selber sind klickbar, haben aber noch nicht die richtige Farbe. Und jetzt müssen wir noch das Tricks entfernen. Das geht hier oben bei Category Settings. Jetzt haben wir das Post Element schon mal so konfiguriert, wie es hier unten aussieht, aber es ist noch viel zu groß. Ich muss natürlich zuerst hier oben eine Row einfügen. Ein Row Layout mit einer Spalte. Und jetzt kann ich hier unten rein klicken. Nicht auf das Bild, da möchte er tatsächlich verlassen, sondern in das Post Element. Das ist aktiviert. Und jetzt hier bei diesen Greifer Punkten einfach via Drag & Drop hier rüberziehen und fallen lassen. Und schon sind die Posts richtig eingefügt und sehen genauso aus wie hier. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Überschrift. Kopiere ich mal raus. Ist dann H2. Klicke hier rein. Nicht auf das Bild. Auf das Element. Und dann davor einfügen. Ein Advanced Heading. Einfügen und mittig ausrichten. Und dann haben wir noch unten den Button. Alle Tricks anschauen. Also hier unten noch einen Block hinzufügen. Den Plus. Advanced Button. Und hier wird dann der Standard Button eingefügt. Da kann ich dann schon mal den Text reinpasten. So. Der hat jetzt noch diese graue Farbe. Die Farbe kann ich ja individuell anpassen hier in den Color Settings. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, nimm die den Button Stil einfach vom Theme. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht der Button direkt so aus wie das Theme vorgibt. Mir gefällt das ganz gut. Aber es ist frei konfigurierbar. Noch rechts ausrichten. So. Und der Button soll ja auf die Blogseite gehen. Blog auf die Page. Also hier auswählen. Fertig. Und jetzt speichern wir das Ganze mal ab. Aktualisieren. Ich lade den Bereich mal hier live. Und was mir dann aufgefallen ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Bug ist oder ob es mit CSS zu tun hat. Ich vermute letzteres. Der Button, der rutscht hier so hoch. Es braucht ein Element, was den Button auf die nächste Zeile forciert. Und deswegen habe ich im Layout noch eine Leerzeile gehabt. Hier haben wir ja schon eine. Plus. Einfach einen Absatz. Und den Button dann einfach einen runter. Jetzt ist die Leerteile zwischen dem Post-Element und dem Button. Wenn ich jetzt speichere und aktualisiere, dann sieht es auch genauso aus wie gewünscht. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Also klick auf die gesamte Zeile und entfernen. Damit kommen wir dann zum Bereich, was wir machen. Hier sehr ähnlich, außer dass wir hier zwei Spalten haben. Und dadurch ergibt sich zum Teil auch eine kleine Herausforderung. Oder es gibt verschiedene Herangehensweisen, um das Problem zu lösen. Hier die Ecken genauso gerundet zu haben, wie ich das oder wie es hier zu sehen ist. Also bauen wir diese Sektion einfach mal nach. Dazu fügen wir mal wieder über unser Zeilenelement das Platz ein. Wir beginnen mit dem Row Element und wollen diesmal zwei Spalten haben. Gleiche Breite. Und jetzt können wir erstmal das Row Element selektieren und das Hintergrundbild einfügen. Select Image. Hier ist unser Bild. Auswählen. Auch hier haben wir wieder ein Background Overlay. Farbe schwarz und die Opacity, so wie wir es brauchen. Im Original habe ich übrigens nur 25 und der Abstand oben und unten ist 120. Das ist schon soweit richtig. Dann fügen wir mal den Text aus der linken Spalte ein. Copy und dann einfügen. Absatz einfügen. Text ist noch dunkel. Ich kann mir jetzt schon mal auf die Zeile gehen und die Text Color Settings auf Weiß stellen. Und dann ist der Text auch direkt sichtbar. Und dann die andere Seite markieren. Kopieren. Und auf der anderen Seite einen Absatz einfügen. Einfügen. Und jetzt haben wir schon mal die richtige Höhe. So wie hier unten. Jetzt brauchen wir nur noch die schöne Box mit den runden Ecken. Ich klicke jetzt mal hier auf die linke Spalte. Hier können wir dann auch mal diese Farbe einstellen. Background Color, schwarz und 0,5 habe ich oben auch verwendet. Und jetzt sehen wir direkt, dass die nur so groß ist. Aber kein Problem. Das werden wir gleich korrigieren. Auf der anderen Seite machen wir das auch mal. Spalte selektieren. Background Color, schwarz und 0,5. So. Jetzt haben wir ja noch mehrere Probleme. Erstmal sollten die beiden komplett zusammenrücken. Also um den Platz hier dazwischen wegzubekommen, muss ich das Zeilenelement selektieren. Also hier reinklicken. Er ist schon ausgewählt. Und dann bei Column die Gatter auf No Gatter stellen. Und jetzt rutschen die beiden Boxen zusammen. Und hier unten bei Structure Settings die Inner Column Height auf 100%. Und jetzt sind die beiden tatsächlich oben und unten zusammengefügt. Da fehlen mir jetzt noch die runden Ecken und der Platz, also das Padding. Also ich klicke mal auf die eine. Spalte selektiert. Und dann hier weiter unten mal 20 Padding einfügen. Am besten rundum. 20. Das gleiche auch auf dieser Seite. Rundum und 20. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Somit dann zu den abgerundeten Ecken. Bei Border Radius können wir einfach mal 25 einstellen. Und siehe da, jetzt haben wir schon ein kleines Problem. Und zwar sind jetzt die Ecken dieser Box hier gerundet. Und wir wollen ja eigentlich nur diese Ecke und diese Ecke haben. Und bei dieser Box dann diese beiden äußeren. Das bedeutet, ich muss sie individuell einstellen. Und ich sehe ja hier auch die Ecke oben links und unten links. Also das heißt, die beiden hier muss ich auf 0 stellen. Und hier dürfte es genau umgekehrt sein. Individuell 25, 25. Und jetzt habe ich fast das gleiche Layout wie hier. Ich meine, hier habe ich noch ein bisschen mehr Platz eingefügt. Die Padding-Werte sind hier bei 25, 25 und dort bei ebenfalls 25, 25. Aber ist das die einzige oder auch die eleganteste Möglichkeit, genau dieses Layout hier zu erzielen? Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit der Verschachtelung. Ich zeige dir einmal, wie das geht und erkläre dann auch, warum das nicht immer optimal ist. Wir haben ja den Text hier unten, also können wir dieses Element einfach mal entfernen. Genau zu sein, die Spalte. Nein, den ganzen Text hier. Entfernen. Entfernen. Und jetzt haben wir immer noch zwei Spalten. Ich selektiere die Zeile und schalte dann das Layout um in eine Spalte. Und jetzt ist es natürlich einfacher, hier zum Beispiel die gerundeten Ecken auf diese Art und Weise einzustellen. Und ich kann jetzt hier in die Mitte einfach eine weitere Zeile einfügen und hier zwei Spalten nehmen. Das löst das Problem, dass ich die runden Ecken separat definieren muss und auch das Problem, die beiden Spalten aneinander zu bekommen und die Höhe gleichmäßig einzustellen. Ich habe jetzt hier via Copy und Paste den Text mal eingefügt und den Abstand um und unten würde ich jetzt mit dieser Zeilenabstandsfunktion beeinflussen. Also zum Beispiel 25 oben und 25 unten. Hier unten ist noch eine Leerzeile. Was die äußere Spalte betrifft, die die jetzt selektiert ist, hier müssen wir auch mal mit dem Padding umspielen. Wenn ich das auf 0 stelle, dann sieht es schon richtig aus. Vielleicht muss ich hier unten noch ein bisschen was an dem Abstand spielen. Muss tatsächlich die Zeile unten loswerden. Und das ist ein bisschen tricky. Ich klicke mal hier oben, Spalte und dann Zeile. Schicke die Zeile nach unten. Und jetzt kann ich wirklich mit der Maus hier reinklicken und auf die Entfernen-Taste drücken bzw. Backspace. Und jetzt haben wir genau das gleiche Resultat erzielt wie hier unten. Aber wir haben Elemente ineinander verschachtelt. Wie das aussieht, können wir uns auch mit dem Navigator oder Listenansicht anschauen. Wenn ich jetzt mal hier reinklicke, dann sehen wir auch den Unterschied. Wir haben hier eine Zeile. Das ist das, wo das Bild drin ist. Eine Spalte. Innerhalb der Spalte eine Zeile und zwei weitere Spalten und dann den Content. Und in dem unteren Beispiel hier haben wir nur eine Zeile, zwei Spalten und darin den Content. So, das Problem ist, beide Varianten funktionieren. Aber erfahrungsgemäß, wenn man anfängt, Content ineinander zu verschachteln und es geht ja auch noch weiter. Ich kann ja auch noch in diese Spalte weitere Zeilen und Spalten einfügen. Dann wird es erstens schwieriger zu erkennen, wenn es Probleme gibt. Und zweitens verwendet der Editor auch mehr HTML dafür. Das heißt, er verschachtelt dann die Diffs ineinander, führt zu mehr HTML und das kann zum Beispiel die PageSpeed Performance negativ beeinflussen, was dann wiederum für das SEO nicht optimal ist. Werde ich jetzt direkt von Google dafür bestraft, wenn ich diese Variante verwende und nicht diese? Weil die ist ein bisschen sauberer einzustellen, zugegeben. Ich würde sagen nein. Aber es könnte durchaus sein, dass wenn du so vorgehst, du es nicht schaffst, im PageSpeed Test tatsächlich eine 100 zu erzielen. Vielleicht schaffst du dann nur eine 98 oder so. Das sind die kleinen und feinen Details. Da ich SEO durch und durch bin, entferne ich dieses Element hier. Block entfernen. Und dann geht es schon weiter zum nächsten Element. Teaser für die Kurse mit einer Bildergalerie und den nächsten Termin. Mal wieder ohne Hintergrund. Beziehungsweise hier links haben wir natürlich einen Hintergrund. Farbigen und rechts eben nicht. Okay, wir fügen mal wieder ein Element davor ein. Ein bisschen Platz und genau richtig geraten. Es kommt das Row Layout. Zwei Spalten. Die erste hat eine Überschrift. Kurse und dann dieses Element hier. Ich möchte das vielleicht auch mal aktualisieren und dann schauen wir uns das auch noch mal live an. Hier sind unsere Elemente. Wenn ich hier auf eines der Bilder in der Galerie klicke, dann geht das große Bild auf und ich kann durch die drei Bilder durchgehen. So kann ich dir auch mal zeigen, wie die Bildergalerien funktionieren. Zurück im Editor. Einfügen. Alle durchsuchen. Und dann nehmen wir die Advanced Gallery. Die Bilder sind schon in der Mediathek. Ich selektiere Kind, Strand Olli und den hier. Neue Galerie. Galerie einfügen. Und schon können wir die Galerie bestaunen. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Masonry, die voreingestellte Auswahl, bedeutet einfach, dass die Bilder ineinander geschachtelt oder aneinander gereiht, zusammengeschoben, könnte man auch sagen, dargestellt werden. Hier können wir ein uniformes Layout erzielen. Die nächste Option. Bisschen mehr Platz oder so. Wir blättern. Slider. Nicht das, was wir brauchen, aber nur um das mal zu zeigen. Slider mit Bildern drunter. Teils. Macht mit drei Bildern nicht so viel Sinn. Also wir brauchen das Grid und dann nicht etwa Breitbilder, sondern Hochkantbilder. Portrait 3, 4 scheint mir die richtige Auswahl zu sein. Und schon haben wir das richtige Layout. Da drunter dann ein Absatz mit dem Text. Und darunter einen Button mit Text alle Kurse und einem Link auf die Kurse Seite. So. Der Button selbst. Da können wir wieder Theme auswählen. Ich habe jetzt hier eine Ausrichtung von rechts ausgewählt. Und dann brauchen wir nur noch die Hintergrund Einstellung. Da selektieren wir mal wieder die Spalte und nehmen hier eine Hintergrundfarbe. Ich glaube, ich habe hier dieses Blau genommen und dann schauen wir nochmal. Spalte selektieren. Ach ja, es war tatsächlich die Hintergrundfarbe, dieses Grau und dann fast transparent mit 0,1. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Padding. Und zwar für die Spalte. Auf allen Seiten gleich viel und zwar 20. Damit ist die linke Seite schon wieder fast fertig. Wir haben noch die Leerzeile hier. Da müssen wir wieder den Button anklicken, den nach unten schieben. Dann können wir auch die Leerzeile mit Backspace löschen. Aktualisieren. Und dann haben wir noch diese Textspalte mit den Listen-Icons, die sich auch verschieben lassen. Ich zeige das mal hier unten direkt am Original. Das Element nennt sich Icon List. Und hier kann ich das Symbol bei Edit All Icon Styles Together hier auswählen. Ich glaube, die Skateboard-Rolle ist auf Seite 5. Ja, da ist sie. Wenn ich die nehmen möchte. Und ich habe hier wirklich die Auswahl. Dann kann ich hier ganz einfach weitere Listen-Elemente hinzufügen. 1, 2, 3. Die hin und her schieben, löschen und so weiter. Super komfortabel. An dem Punkt können wir wieder mal speichern. Und dann zur nächsten Sektion, dem Newsletter-Anmeldeformular. Also, wir brauchen natürlich wieder unsere Zeile. Das passt alles in eine Spalte. Fangen wir an mit dem Hintergrundbild. Diese coolen Postfächer hier. Hier drunter vielleicht mal ein Element einfügen, nur dass wir hier eine Abtrennung haben. Den Text habe ich schon rauskopiert. Absatz einfügen. Paste. Dann in der Zeile selbst die Textfarbe mal wieder auf Weiß stellen. In der Spalte das Textalignment auf Zentriert. Und dann neue Zeile. Und jetzt bauen wir uns hier ein Formular rein. Einfach mit Plus. Alle durchsuchen. Form. Klick. Und so schnell haben wir unser Formular. Ich glaube, wir sollten noch die Hintergrundfarbe der Spalte auf schwarz setzen und 0,5. So wie oben auch. Padding 20px. Border Radius 25. Und wir brauchen auch noch ein Overlay auf dem Hintergrundbild. Hier. Da haben wir ja das Hintergrundbild und die Overlay-Einstellung so wie vorher auch. Schwarz. So kommt dann hier auch alles gut zum Vorschein. Hier unten gibt es noch einen Satz. Und jetzt müssen wir nur noch die Felder hier konfigurieren. Das sind ja die Standardfelder. Das Formularmodul von Cadence ist wirklich auch ultra flexibel. Vielleicht nicht so flexibel wie ein dediziertes Tool, aber es lassen sich beliebig viele Felder hier aktivieren. Und wir würden ja hier das Label rauskopieren. Anrede, Vorname, Nachname. Natürlich könnten wir hier auch Vornamen und Nachname separieren. Aber der Einfachheit halber mache ich das einfach mal so. Die E-Mail schreiben wir auch mal Deutsch. Im Doppelpunkt. Und das Message-Feld brauchen wir gar nicht. Das heißt, das können wir löschen. Und jetzt brauchen wir nur noch den Anmelden-Button. Und der hat sogar schon das richtige Styling. Und damit das Ganze auch, wenn du das auf deiner Website implementierst, musst du das Double-Opt-In-Verfahren verwenden. Und dazu verwendest du wahrscheinlich, wenn wir das eine eigens entwickelte Lösung oder du verwendest das Tool deiner Wahl. Und hier kannst du unter Actions After Submit diverse Optionen auswählen. Bei Search One empfehlen wir Send in Blue. Das kommt bei unseren Lesern am besten an. Und den Link dazu auch zum Testbericht findest du unten in der Beschreibung. Solltest du da ein Account haben, dann gibt es auch passend dazu ein WordPress-Plugin. Da musst du dich dann anmelden und verifizieren. Und dann kannst du den User Name hier reinpacken und tatsächlich auch das mit Cadence ohne Probleme verbinden. Selbstverständlich möchtest du hier so gründlich wie möglich alle Felder richtig ausfüllen. Hier gibt es auch eigentlich nichts, was man so vermissen müsste. Auch ein Spam-Check kannst du hier einbauen. Sogar Google Recapture. Wenn du das aktivierst und verwendest, musst du natürlich auch ein Key dir bei Google besorgen. Sehr zu empfehlen. Und unter Field Styles kannst du natürlich auch noch deine Frontgröße anpassen. Hier sieht man, dass dadurch natürlich auch sich das Bild verschiebt. Standard ist aber gut, also lösche ich das mal. Hier gibt es wirklich eine Menge, was du hier stylen kannst. Was natürlich auch sehr wichtig ist, das sind die Nachrichten. Sowohl die Fehlernachricht, die Fehlermeldung, falls jemand keine gültige E-Mail-Adresse eingegeben hat, die sind natürlich hier auf Englisch und die musst du überall noch übersetzen. Wenn Set in Blue installiert ist, dann gibt es auch dafür hier das Setting, da kannst du dann ein API Key reinmachen. Erst dann funktioniert das so richtig mit dem Cadence-Formular. Ich persönlich mag es ja, wenn sich jemand anmeldet oder ein Formular ausfüllt, ein Redirect zu definieren. Aktualisieren wir hier mal. Und dann kann man hier unten unter Redirect Settings die URL eintragen. Ich habe hier mal Danke-Seiten erstellt. Es gibt einmal Danke-Newsletter und Danke-Anfrage. Also vielen Dank für die Registrierung zum Newsletter. Wir haben Ihnen ein E-Mail geschickt und so weiter. Da steht er drauf. Sonst nichts. Jetzt können wir aktualisieren. Und damit wäre das Formular voll funktionsfähig. Das ist doch wundervoll, wie einfach das funktioniert. Damit haben wir dann auch die Newsletter eingebunden. Im Bereich unsere Trainer wollte ich dann nochmal ein anderes Element featuren. Das sind sogenannte Image-Overlays. Das bedeutet, wir können hier ein Bild, den Rahmen und auch Text definieren, wenn wir beliebig ausrichten können. Und wenn wir mit der Maus drüber fahren, gibt es sogar eine Animation oben drauf. Meine Überschrift habe ich tatsächlich außerhalb platziert. Wir brauchen hier erstmal nur das Element, dann eine Row, eine Spalte. Nein, mit drei Spalten. Also hier einfach eine 3 draus machen. Dann können wir hier ein Image-Overlay. I am, Image-Overlay. Das Bild auswählen. Hier haben wir das erste Bild auswählen. Wenn das Ganze so klein bleibt, dann brauchen wir nicht so ein großes Bild. Large reicht hier wahrscheinlich. Die anderen beiden Bilder habe ich auch direkt eingefügt. Ich spare es mir hier mal, die Namen anzupassen. Man sieht ja hier, die Hintergrundfarbe ist hier noch auf Orange. Jetzt klicken wir mal hier drauf. Hier gibt es übrigens verschiedene Effekte. Slide zum Beispiel. Ich mit der Maus drüber fahre, dann passiert das. Oder auch der Grayscale-Effekt. Den kann man jetzt hier gar nicht sehen, weil die Farbe sich auch ändert. Oder der Blur-Effekt. Zoom-In ist eigentlich noch am besten. In den Hover-Overlay-Settings, da lässt sich dann auch die Farbe definieren. Orange passt natürlich gar nicht zu unserer Side. Auf jeden Fall haben wir das nicht in den Kernfarben. Also mache ich mal Blau. Und hier sieht man schon, das ist die gleiche Farbe wie da unten. Allerdings wahrscheinlich eine gute Idee. Hier unten habe ich es auch nicht. Aber ein bisschen Transparenz reinzumachen, ist wahrscheinlich eine gute Sache. Machen wir mal 30 hier. Ah, falsche Einstellung. Wir wollen natürlich Hover-Overlay-Settings. Und hier die Opacity auf 30 oder 0,3. Wenn wir jetzt mit der Maus drüber fahren, dann wird es zwar blau, aber wir können immer noch durchgucken. Jetzt müssen wir nur noch den Stil hier anpassen. Und normalerweise gibt es dafür eine Funktion, die aber bei Cadence in der aktuellen Version oder bei diesem Element nicht funktioniert. Wenn wir also die Spalte auswählen, dann gibt es diesen Button hier, Copy Styles. Und normalerweise, wenn ich hier anklicke, Spalte auswähle, Paste Styles, dann sollte sich ja auch die Hintergrundfarbe und alles andere verändern. Tut es aber nicht. Laut Support bei Cadence gibt es aktuell fünf Blöcke, bei denen das funktioniert. Das scheint im Moment keiner zu sein. Da müssen wir also von Hand hingehen. Also zwei Möglichkeiten gibt es da. Von Hand alles anpassen. Oder aber duplizieren und dann das Bild austauschen. Je nachdem, was weniger Aufwand ist. Wollen wir also hoffen, dass das in einem zukünftigen Update ermöglicht wird. Bis dahin können wir auch einfach hier von Hand anpassen. Das waren nur drei Klicks. Das obere gefällt mir jetzt sogar besser als das untere. Also löschen wir das untere. Jetzt befindet sich die Überschrift hier oben ja tatsächlich einfach so im Fließtext, würde ich mal sagen, ohne Layoutblock. Um sie hier unten reinzukriegen, müsste ich noch ein Row-Element hinzufügen. Da sehe ich aber nicht den Nutzen drin. Also wenn wir jetzt hier davor etwas einfügen und dann ein Row-Layout 1, das Element dann da reinziehen. Ja, das kann man machen. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Kontrolle. Und da müssen wir nur noch den Platz hierzwischen vielleicht ein bisschen anpassen. Aber rein technisch gesehen haben wir jetzt mehr HTML gebraucht. Mit dem Kontakt vielmehr Anfrageformular haben wir noch eine Variation. Ich denke, die muss ich gar nicht mehr nachbauen. Zwei Spalten. Formularfelder lassen sich ja beliebig hinzufügen, falls ich das noch nicht gezeigt habe. Hier in den Formularfeldern gibt es die Möglichkeit, ein Feld hinzuzufügen. Das ist jetzt Feld 5. Und in den Settings kann ich genau bestimmen, was das für ein Feld sein soll. Zum Beispiel auch Radio Buttons und alles, was das Herz begehrt, lässt sich hiermit machen. Was hier ein bisschen anders ist, das sind die Hintergrundfarben bzw. der Verlauf, den du hier siehst. Das ist auf der Zeile definiert. Zum Ersten ist hier die Hintergrundfarbe definiert und zwar das helle Blau. Und in den Background Overlay Settings statt Normal habe ich ein Gradienten definiert. Mit der zweiten Farbe das dunklere Blau. Und jetzt kann ich mit Location ein bisschen rumspielen und so den Gradienten beeinflussen. Hier ist die zweite Farbe für den Gradienten. Das ist die gleiche wie die Hintergrundfarbe. Theoretisch bräuchte ich keine Hintergrundfarbe. Und hier sind die verschiedenen Typen von Gradienten. Linear, radial und die Location. Wir sehen ja, dass wir hier so eine Art Ball haben. Center Top, Center Bottom. Was auch immer uns am besten gefällt. Und das bringt uns zum letzten Element auf der Startseite. Was wäre eine moderne Website eines Anbieters ohne Testimonials? Die sind auch sehr powerful und auch super easy zu erstellen. Ich markiere mal hier das Element. Mehr den Testimonial Block und der Testimonial Block. Da können wir davor einen einfügen. Die Überschrift brauchen wir jetzt ja wahrlich nicht mehr anpassen. Und Testimonials. Hier gibt es ganz viele verschiedene Typen von Testimonials. Ich habe diesen Stil hier ausgewählt. Hier lassen sich beispielsweise auch die Icons hinzufügen. Das Top-Icon ist das hier. Wenn ich möchte, kann ich natürlich auch ein anderes auswählen. Aber die Anführungsstriche machen hier schon viel Sinn. Das eher weniger. Hier gibt es unter Quotes auch noch Alternativen. Es lässt sich frei bestimmen, wie viele Testimonials es gibt. Das ist die Anzahl. Die Anzahl der Spalten. Zwei. Drei. Ob es ein Grid sein soll oder wie ich unten verwendet habe, ein Karussell. Karussell lässt sich natürlich von links nach rechts verschieben. Rating Sterne können wir auch noch aktivieren. Und jetzt muss ich hier nur noch den Text einfügen, wie auch hier unten. Wie das funktioniert, sollte mittlerweile bekannt sein. Es lässt sich alles hier rechts in den Optionen einfach einstellen. Also können wir dieses Element hier wieder entfernen. Und das war es dann mit den Testimonials. Da können wir mal speichern und auf die Startseite gehen. Uns das Resultat unserer schweren Arbeit nochmal genau angucken. Das sieht doch absolut super aus. Und geübte Finger bekommen das wirklich innerhalb von Minuten oder eine halbe Stunde, wenn die ganzen Daten vorliegen und man sich den Content nicht erst noch erdenken muss. Von 0 auf 100 fertig designt. Es geht natürlich noch viel, viel mehr. Beispielsweise was total in ist unter aktuellen Layouts, will ich mal sagen, sind die Divider. Die sehen schon ziemlich cool aus. Und es handelt sich ja hier um Skateboards. Die haben ja so eine Form. Da könnte man auch einen Divider auswählen, der so ähnlich aussieht wie ein Skateboard. Ich würde fast sagen, das hier. Oder auch vielleicht das da unten. Nehmen wir erstmal das hier. Sieht auch vielleicht ein bisschen aus wie eine Rampe. Das ist jetzt der Divider oben. Entschuldigung, unten. Oben wollen wir vielleicht keinen einfügen, weil wir das Menü oben haben. Und das sieht schon sehr cool aus. Aktualisieren. Und hier mal neu laden. Und das gibt dem Ganzen doch einen wirklich fantastischen Flair. Können damit mal ein bisschen rumspielen. Und nehmen wir mal diese Box hier. Da können wir bei Dividers mal was anderes ausprobieren. Das hier suggeriert so einen Pfeil nach unten. Vielleicht machen wir auch oben mal einen rein. Hier ist das Gegenteil. Allerdings mit einer Schattierung, wie sich hier es erkennen lässt. Das suggeriert jetzt hier so einen Pfeil nach unten. Allerdings haben wir da nicht mehr genügend Platz. Da müssten wir also hier oben vielleicht 250 geben. Unten vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht nicht ganz so viel. Machen wir 200. Der anders suggeriert, dass wir das hier lesen können und dann weiter runterscrollen. Und so weiter. Ich persönlich bin mit dem einfachen Layout sehr zufrieden. Deswegen mache ich das jetzt mal rückgängig und speichere es dann wieder ab. Jetzt haben wir die Startseite wirklich gut hinbekommen und können jetzt den Fokus auf die weiteren Features von Cadence setzen. Da gibt es nämlich noch eine Menge zu entdecken. Die Datenschutzseite, die ich bei einem der gängigen Anbieter habe generieren lassen, die ist ja wie jede deutsche Datenschutzseite unendlich lang. Hat viele Überschriften, ist gegliedert und so weiter. Da würde sich ja ein Inhaltsverzeichnis wirklich anbieten. Direkt hier ganz oben. Also wir fügen hinzu, alle durchsuchen oder direkt hier oben draufklicken, den Table of Contents. Und siehe da, schon haben wir ein super schickes Inhaltsverzeichnis. Hier gibt es wirklich auch eine Menge Konfigurationsoptionen. Ich kann beispielsweise bestimmen, welche Überschriften mit in das Table of Contents eingebunden werden. Die Überschriften unten sind alles H4s. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann verschwinden alle und kommen auch wieder alle zurück. Der Stil ist mit normalen Listenpunkten. Ich kann auch eine nummerierte Liste auswählen. Macht jetzt keinen Sinn, weil die Überschriften tatsächlich die Zahl im Text enthalten haben. Oder aber auch einfach eingerückt, was meiner Meinung nach am meisten Sinn machen würde, weil ja überall schon die Zahl davor steht. Wir können das Inhaltsverzeichnis auch direkt mal so benennen. Inhaltsverzeichnis. Und es lässt sich zum Beispiel auch in zwei oder auch in mehr Spalten aufteilen. Vorausgesetzt, das macht Layout-Technik Sinn. Ich kann den Titel konfigurieren, andere Farbe auswählen und so weiter. Das sind alle Standardoptionen. Und auch das Inhaltsverzeichnis kollabierbar machen. Wenn ich das hier aktiviere, dann gibt es dieses Hacken hier oben oder den Fall. Dann klickt darauf, klappt es ein und wieder aus. Brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Die Listeneinstellungen sollten auch soweit klar sein. Container-Settings. Hier kann ich den Container vom Layout abheben. Beispielsweise könnte man sich hier vorstellen, den mit Grau zu hinterlegen. Wenn nicht der Hintergrund auch schon grau wäre, würde das auch Sinn ergeben. Ansonsten können wir das auch wieder zurücksetzen. Mit den Scroll-Settings habe ich ein bisschen rumgespielt. Hat aber keine Auswirkung. Ich demonstriere mal. Wir aktualisieren. Und jetzt sind wir auf der Seite. Und wenn ich hier auf einen Punkt klicke, dann sieht man, wie die Seite nach unten scrollt zu diesem Punkt. Das Aktivieren von Enable Smooth Scroll to ID hat hier dran nichts geändert. Wurde leider nicht noch smoother. Eine wichtige Funktion, die jedes Pro-Theme zur Verfügung stellen sollte, sind globale Vorlagen. Das sind Schnipselbereiche oder einfach Blöcke, die wir einmal erstellen und dann an beliebigen Positionen auf der Seite und in jedem Beitrag einfach einfügen können. Dabei müssen wir dann die globale Vorlage nur an ihrem eigenen Speicherort ändern und überall auf der Website wird diese Änderung dann automatisch vorgenommen. Das hört sich vielleicht komplizierter an, als es ist. Wir haben ja unsere Trainer-Sektion auf der Startseite. Gleichzeitig haben wir aber auch noch die Team-Seite. Denn unser Team besteht aus mehr als nur den drei Trainern. Okay, hier ist die Team-Seite. Hier oben würden wir gerne die Trainer einfügen und darunter das Gleiche nochmal, aber nur mit den Team-Mitgliedern. Wir könnten jetzt natürlich hingehen und die Trainer einfach mit Copy und Paste übernehmen. Das wäre super easy und wenn wir das nur einmal machen, dann lohnt sich der Aufwand vielleicht gar nicht, die globalen Vorlagen zu verwenden. Aber in der Zukunft, wenn wir dann die Trainer abändern wollen, dann müssen wir es immer an zwei Stellen machen. Und eine Lösung dafür bietet in Cadence der Bereich der Elemente oder die Elements. Die befinden sich unter Design-Cadence-Elements. Und hier kann ich einfach ein neues Element hinzufügen und unter drei Element-Typen auswählen. Einmal Default, ganz normaler Block, Fixed. Hier kann ich dann die Position bestimmen, beispielsweise oben links, oben rechts, unten links, unten rechts oder in der Mitte. Oder aber sogar eigene HTML-Vorlagen, falls ich denn dann schon so fortgeschritten bin. Für die Trainer brauchen wir jetzt einfach nur Default. Dann bearbeiten wir nochmal die Startseite, gehen zu der Sektion hier unten und kopieren die einfach mal raus. Wechseln zu unserem neuen Element und fügen das hier mit der rechten Maustaste einfach mal ein. Und siehe da, hier ist unsere Zeile mit den drei Trainern. Nennen wir das Ganze auch noch einmal unsere Trainer. Und dann Speichern. Veröffentlichen. Und jetzt kommt die Magie der Elemente zum Tragen. Hier oben in den Einstellungen, in den Element Settings, habe ich jetzt die Möglichkeit, genau zu definieren, an welcher Stelle das Element erscheinen darf und auf welche Weise es das tut oder tun kann. Im Bereich Placement kann ich gewisse Regeln definieren. Scroll hier einfach einmal durch. Und das sind relativ spezielle Regeln, die ich sehr filigran einstellen kann. Wir wollen das hier aber nur als globale Vorlage verwenden und deswegen brauchen wir hier auch kein Placement auswählen. Die Display Settings, die müssen wir jedoch definieren. Also ich will mal sagen Entire Site. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Element überall auf der Website angezeigt wird, sondern dass es auf der gesamten Website oder Entire Site angezeigt werden darf. Könnt ihr jetzt auch zum Beispiel hier sagen Entire Site, aber nicht hier und da. User Settings, Visible to all users. Auch hier habe ich wieder jede Menge Optionen, kann jeden User Typen auswählen, jede Gruppe, all users. Und wenn ich möchte, kann ich auch noch definieren, auf welchen Devices das Element angezeigt wird, zum Beispiel nur auf Desktop und nicht auf Tablet und Mobile. Und das hier ist auch cool, wenn ich möchte, dass ein Element nach einer gewissen Laufzeit nicht mehr angezeigt wird, dann kann ich hier das Enddatum festlegen. Beispielsweise für eine Box, in der ich ein Angebot mache und das läuft bis dann und dann und dann verschwindet die Box. Okay, brauchen wir hier auch nicht. Jetzt haben wir das hier frisch definiert und können nochmal aktualisieren. Und jetzt haben wir hier unter den Elements den Eintrag unserer Trainer und ganz wichtig den Shortcode, den wir rauskopieren können. Den kopiere ich einfach mal in den Zwischenspeicher. Hier das Element habe ich bereits entfernt und einfach den Shortcode in eine neue Zeile eingefügt, aktualisiert. Und siehe da, wenn ich aktualisiere hier, dann wird dieses Element hier auch an dieser Stelle angezeigt. Das ist natürlich jetzt sehr cool, weil jetzt kann ich einfach auf Seiten gehen und dann auf die Teamseite und jetzt hier unsere Trainer, den Shortcode aktualisieren. Und siehe da, auf der Teamseite habe ich dann auch das gleiche Element. So, jetzt habe ich ja eben die Namen und das alles hier entfernt. Das könnte ich jetzt wieder mal einfügen. Ich bearbeite also das Element. Jetzt habe ich hier die Namen und den Text wieder eingefügt, gespeichert. Wenn ich jetzt aktualisiere, entstehen hier die Namen wieder richtig. Und auf der Startseite noch ein Klick. Auch hier runtergescrollt sind die Namen alle angepasst. Ich habe aber bei der Gelegenheit direkt nochmal Marlene, Astrid und Hans-Peter eingefügt, sodass diese Seite hier komplett ist. Und dann können wir uns die auch mal anschauen. Hier oben aus den Elementen die Trainer und hier unten einzeln eingefügt das Backoffice-Team. Was wäre eine moderne Website ohne ein Pop-up, bei dem man sich zum Beispiel zum Newsletter eintragen kann? Jetzt haben wir ja so eine Newsletter-Box schon auf der Startseite. Aber auf all den anderen Seiten hier gibt es noch nicht die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden. Und auch das lässt sich wunderbar mit einem Element umsetzen. Also fügen wir mal ein Element hinzu. Und diesmal nehmen wir Fixed, weil ich hier was ganz Spezielles vorhabe. Und zwar nennen wir es mal Newsletter-Box. Und damit wir so etwas haben können wie einen fixierten, gefloateten Button auf der Website, brauchen wir zuerst eine Pop-up-Box. Pop-ups heißen bei Cadence Modals. Also ich füge mal so ein Model ein. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Hier oben ist der Aktivator, der Button. Und hier unten ist das Model. Also hier können wir unseren Content reinmachen. Sprich die Newsletter-Box, das Formular. Und da müssen wir nur noch den Button stylen und den entsprechend unterbringen. Ich möchte für den Button jetzt eigentlich nur ein Icon haben. Also scrolle ich hier mal runter. Und hier kann ich auch eins auswählen. Also klick drauf. Dann nehmen wir doch einfach mal hier die E-Mail. Und Text brauchen wir hier eigentlich nicht. Die Textgröße habe ich mal auf 24 gestellt. So wird das Icon etwas größer. Und dann gibt es hier noch einen Schalter Show-Only-Icon. Den aktiviere ich mal. Wunderbar. Jetzt brauche ich den hier noch. Vielleicht mit meiner blauen Farbe. Der Hintergrund hellblau. Der Rand dunkel. Na, wenn ich darüber nachdenke, möchte ich eigentlich gar keinen Rand haben. Und die Hintergrundfarbe, die sollte dunkelblau sein. Und das Icon selbst weiß. Sehr schön. Noch ein bisschen größer. Vielleicht auf 32. Mouse Hover. Link Color kann gleich bleiben. Aber die hier nehmen wir einfach die nächst hellere Farbe. Und Border brauchen wir gar nicht. Jetzt sieht das Ganze so aus. Perfekt. Wenn ich den Button jetzt noch rund hinbekommen möchte, müsste ich eigentlich nur noch die Link Border Radius anpassen. Und siehe da, tatsächlich bei ungefähr 24 ist es fast rund. Ich glaube, da gehen wir mit der Font Size auch wieder auf 24 runter. Und spielen hier stattdessen ein bisschen was mit dem Padding. 4 ist ein bisschen wenig. Also machen wir mal 16. Border Radius höher. 36. Perfekt. So, jetzt wollen wir das hier ausfüllen. Und dazu speichere ich erstmal den Entwurf. Hier sind wir im Edit-Modus der Startseite. Und ich möchte im Prinzip hier jetzt auch ein Element draus machen. Aber ohne die Hintergrundgrafik, sondern nur das Formular. Das Formular zusammen mit dem Satz da drüber. Und der Überschrift. Also, ich habe das alles mal kopiert. Und mit STRG-X ausgeschnitten. Jetzt füge ich hier ein neues Element hinzu. Das ist Default. Das ist das Newsletter-Formular. Hier füge ich jetzt die Elemente ein. Hier haben wir also die Überschrift und die Sätze und das Formular. Das ist jetzt schwarz auf weiß, weil auf der Startseite in der Sektion definiere ich die Farbe der Fonts mit dem darüber liegenden Feld. Das ist auch soweit in Ordnung. Da es sich um ein Element handelt, muss ich hier in den Einstellungen auch noch einstellen, wo es überall angezeigt werden darf. An wen. Und das Ganze dann veröffentlichen. Zurück in den Elements habe ich dann auch beim Newsletter-Formular hier den Shortcode rauskopiert und hier eingefügt. Das können wir auch direkt mal veröffentlichen. Natürlich nicht ohne einzustellen, wo wir es angezeigt haben wollen. Ich dachte hier an. Da müssen wir einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Fixed on bottom. Bei den Display-Settings aber jetzt entire side. Allerdings nicht. Und hier verwenden wir dann exclude auf der Frontpage. Denn da haben wir die Newsletter-Box ja schon als eine Sektion. Und auch nicht im Blog-Bereich. Ansonsten auch für alle User. Und das können wir dann mal aktualisieren. Ein wichtiger Tipp noch. Falls beim Klick auf diese Model-Box das Formular oder der Content darin nicht richtig angezeigt wird, dann das hier aktivieren. Es kann aber auch nicht schaden, das einfach von vornherein zu aktivieren. Das Newsletter-Formular selbst brauchen wir auf der Startseite ja jetzt auch noch. Und zwar hier oben in der Newsletter-Box füge ich meinen Absatz ein. Und da kommt dann der Shortcode aktualisieren. Schauen wir erstmal, ob die Startseite soweit funktioniert. Sieht genauso aus wie vorher. Außer, dass das jetzt ein Element ist, was wir von überall einbinden können. Und siehe da, wenn ich auf die Team-Seite gehe, dann habe ich tatsächlich hier unten meine Model-Box. Die muss ich also nur noch nach rechts ausrichten. Dann ist sie da, wo ich sie haben möchte. Zum Rechtsausrichten brauche ich eigentlich nur noch diesen Button hier. Einfach mit der Rechtsausrichten-Funktion nach rechts bringen. Und was mir sogar noch besser gefällt als Fixiert Bottom, ist Fixed Bottom After Scroll No Space Below Footer. Also nach 300 Pixeln erscheint dieser Button dann. Aktualisieren. Testen wir es noch auf der Team-Seite. Aktualisieren. Wenn ich jetzt nach unten scrolle, dann erscheint der Button. Ich brauche jetzt noch den Rand entfernen und den Button ein bisschen nach links bringen. Dazu müsste ich das Margin auf der rechten Seite erhöhen. Also wieder bei den Link-Settings. Weiter unten haben wir das Margin. Und hier haben wir Margin Right. Ich mache mal 20. Ja, jetzt wird er von da ein bisschen rübergezogen. Aktualisieren. Und aus irgendeinem Grund haben wir hier noch eine graue Border. Das hat vermutlich damit zu tun, dass hier die Border Color transparent ist. Ich mache sie einfach mal in der gleichen Farbe. Jetzt ist sie auch dunkelblau. Also aktualisieren. Und dann nochmal neu laden. Runterscrollen. Und ja, wunderbar. Jetzt sieht das doch wirklich perfekt aus. Und das zieht auch ein bisschen Augenmerk auf sich. Wenn ich also von oben anfange und runterscrolle, dann entscheidet die Box. Wenn ich wieder hochscrolle, dann verschwindet die Box. So, jetzt muss ich noch draufklicken und gucken, ob da auch wirklich das Newsletter-Formular drin ist. Und siehe da, es erscheint mit einer dezenten Animation, die ich natürlich auch verändern kann. Aber ich denke, das sind genug Features. Der Kreativität sind hier wirklich kaum Grenzen gesetzt. Und ein paar Sachen möchtest du wahrscheinlich auch noch für dich selbst entdecken. Jedenfalls kann ich nur sagen, dass der gesamte Bereich der Elements wirklich super easy ist, wenn man es erstmal verstanden hat. Und auch extrem mächtig. Eigentlich kann das jedes Premium-Theme, aber es ist nicht immer so intuitiv zu verstehen, wie das funktioniert. Und es gibt auch keine überfrachtete Oberfläche. Es ist einfach nur ein weiteres Element. Man legt es an wie eine Seite oder ein Beitrag, packt da rein, was man haben möchte und kann dann entweder das Element ganz normal verwenden oder aber ein Regelwerk definieren, wann es wo, auf welcher Seite und auf welcher Seite nicht angezeigt wird. Perfekt. Was gibt es denn noch Feindes? FAQs werden ganz gerne in ein Akkordeon gepackt. Und auch das kannst du bei Canons haben. Nochmal öffnen. Und hier ist das Akkordeon. Hier gibt es verschiedene Stile. Nehmen wir einfach mal den ersten. Und hier kann ich jetzt meine Überschrift reinpacken. Hier ist der Titel. Und dann meinen Text einfügen. So, jetzt habe ich die alle nacheinander eingefügt und werde einfach mal den ganzen Text hier unten auswählen und entfernen. Dann aktualisieren wir und schauen uns die Seite direkt an. Das ist das Aktivierte. Ich kann nicht draufklicken. Und dann geht das zu. Das nächste. 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 Wunderbar. Ich persönlich bin ja kein Fan davon, so ein Akkordeon direkt im Fließtext zu verwenden. Aber wir haben ja gerade gelernt, wie das mit den Elementen funktioniert. Und da könnte ich mir gut vorstellen, das als Element vielleicht sogar auch noch auf die Startseite zu packen. Aber das kann jeder Hand haben, wie er möchte. Damit haben wir wirklich alle großen und auch kleinen Features beleuchtet. Es gibt nur noch hier und da ein paar kleine Gimmicks. Beispielsweise einen Countdown-Timer, der ist auch eingebaut. Den können wir hier einfügen. Countdown. Einer reicht. Und dieses Element lässt sich wunderbar konfigurieren, wie man hier auf der rechten Seite sieht. Zum Beispiel, das Event startet am 30. September von mir aus. Und hier lassen sich wirklich auch nach Herzenslust Einstellungen vornehmen. Inline oder als Block-Element, also untereinander mit Divider ohne Zero-Padding. Dann muss ich mal anlassen. Selbstverständlich braucht man auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu übersetzen. Also zum Beispiel hier andere Farbe einstellen. Kein Problem. Vielleicht ein bisschen heller. Nehmen wir direkt unser Grau. Runde Boxen, wie immer. Ein bisschen Padding. Also alles, was man braucht, um dieses Timer-Element wirklich ansehnlich zu gestalten. Ich brauche es aktuell nicht auf der Seite. Aber gut zu wissen, dass es das gibt. Wenn ich ein großes Fazit zu dem Cadence Premium Theme und den Cadence Blocks habe, jeweils in der Premium- oder Pro-Version, ist, dass es sich wirklich im Rahmen der WordPress-Philosophie einfach gut anfühlt, damit zu arbeiten. Wie man sehen kann, gibt es hier keine separate Oberfläche. Es gibt keine, na, das ist vielleicht übertrieben, es gibt kaum Schnickschnack-Features. Alles ist wirklich gut durchdacht. Also mir gefällt zum Beispiel sehr gut, dass alles, was ich einfüge und anklicke, jegliche Konfigurationsmöglichkeit, nutzt die neue Gutenberg-Blocks-User-Interface-Philosophie. Alles schmiegt sich wirklich klar in die Vorgaben durch WordPress ein, sei es hier in der Gliederung, in der Listenansicht, in der Art und Weise, wie Blogs eingefügt werden, wie die Einstellungen für das jeweilige Blog-Element vorgenommen werden, hier auf der rechten Seite. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der davon überzeugt ist, dass das die Zukunft der WordPress-Themes und auch Page- und Site-Bilder ist. Bei Themes wie Divi und Elementor ist es so, dass die natürlich auch aus einer Zeit stammen, als es diese Schnittstellen von WordPress selbst noch gar nicht gab. Deswegen haben sie sich eigene Benutzeroberflächen ausgedacht. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, dass die so viel besser sind, als das, was jetzt mittlerweile in WordPress eingebaut ist. Ja, Divi und Elementor zum Beispiel ermöglichen ein etwas besseres What-You-See-Is-What-You-Get-Erlebnis. Beispielsweise haben wir hier am Rand noch den Platz für das Element. Außerdem editieren wir diese Seite im Backend-Bereich und nicht direkt auf der Seite selbst. Aber es ist kein großer Sprung, zu verstehen, was man hier macht. Es sieht im Prinzip fast genauso aus, wie es dann auch auf der fertigen Seite aussieht. Und das erreicht Cadence wirklich mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Kann es so viel wie die großen Boliden? Nein, ich würde sagen, noch nicht. Aber es kommen ja auch ständig neue Features dazu. Und was wirklich wichtig ist, ist, dass die Basics stimmen. Das Anlegen von Zeilen, von Spalten, Hintergrunddefinitionen, Schriftartkontrolle und so weiter. Die Layout-Gestaltung. Und das kann Cadence wirklich perfekt. Cadence kann die Basics wirklich richtig gut. Und wenn du dir dieses Video hier von vorne bis hinten anschaust, dann solltest du eigentlich mit Leichtigkeit dazu in der Lage sein, deine erste eigene Website, dein erstes eigenes Blog innerhalb von wenigen Stunden in Eigenregie zu kreieren. Viel Spaß dabei! Falls dir dieses Tutorial gut gefallen hat, dann hinterlass uns doch bitte ein Abo und ein Like. Unten in der Description und im Begleitartikel findest du unseren Partner-Link. Wenn du darüber Cadence erwirbst, dann bekommen wir eine kleine Provision für unsere Arbeit, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sascha out!